Oh Freunde der Wahrheit, was habe ich mir gekauft? Das ist so ein schöner Arkansatz Schleifstein. Ja, wie muss man dabei vorgehen? Wie stellt man sich das vor? Naja, ich schleife gerne mit Öl. No, voll biologisch abbaubar. So, ich sprühe einfach mal so ein bisschen was hier drauf. Zack, das sinkt auch sofort ein. Wenn man das jetzt noch nie gemacht hat und man weiß gar nicht genau wie und wo man schleift, man sollte mal die Schneide vorne einfach mal so ein bisschen schwarz machen. Naja, jetzt könnt ihr als Anfänger einfach mal kontrollieren, wo ihr schleift. Weil dort wo die Farbe runter ist, dann haltet ihr das Messer recht. Kreisende Bewegung, manch einer zieht doch bloß so rüber, manch einer zieht doch bloß so. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass hier eine Methode besonders besser ist wie die andere. Hier vorne ein bisschen draufdrücken vielleicht, kreiseln lassen, Schnitttest. Da sieht man mal, was man da alles an Dreck runterrollt. Also, das ist wirklich, ja, schon besser wie vorhin. Ich will jetzt auch mal, was man da alles an Dreck. Ich will jetzt gleich mal, was man da alles an Dreck. Ja.